Mein erster, das war ein Matrose, der war auf der Wurst, der du wehrt. Er trug eine mehrblaue Hose und ich hab mich so schrecklich geniert. Er nahm meine Hand und versprach mir die Treue und gab mir sein Wort. Er nährt keine andere nach mir und am Morgen, da musst er an Bord. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit so peu a peu gewöhnt man sich daran. Das Treu sein, so sprach er, ich kann es. Versuchen, ich war's, war noch nie. Wird's ein Knabe, dann nennen ihn Johannes. Wird's ein Mädchen, dann nennen es Marie. Er ist nicht zur Hochzeit gekommen, er war auch zur Taufe nicht da. Ich hab einen anderen genommen und zudem sagt Johannes Papa. Beim ersten Mal, da tut's noch weh, da glaubt man noch, dass man es nie verbinden kann. Doch mit der Zeit so peu a peu. Ja, mit der Zeit so peu a peu gewöhnt man sich daran. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020